Da versteh ich nicht diese Mechanik, warum der manchmal lang wird und manchmal nicht F*** Letten wir die Diana kommt hier hin, Chat Auf Steam kam bei Vollgas grad ein Patch Aha, Marco Aha Marco, bist du also wieder am Lügen Lügen tust du, dat bist du Junge, der hatte, ich hab den Wischen verloren Marco, Marco, Marco Easy, kein Problem, slow, easy, kein Problem Und rechts f*** und schlip Ey, warum geht er auf mich? Sechs Gold? Bruder, ich hab sechs Gold zu dir bekommen Die stehen ja von 07 und 08 auf dem Botblender Soll ich euch jetzt mal zeigen, wie man eine Vein kill, Chat Passt auf, setzt die Schutzbrillen auf, ihr könnt aber was lernen Soll ich euch jetzt mal zeigen, wie man eine Vein kill, Chat Oh mein Gott, ich bin so dumm Warum ich nicht einfach rauslaufe aus der Range Ich bin der beste Spieler der Welt, Alter Fuck me Come Nice Kamala, geßt, Junge, geß, 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 geß Chocolate, über Nee, das war nicht nur. Nein, die Ver... WHY?! Ah Junge, das war... Ja! Ah! Not even close, Alter! Ah! Oh! Was war denn das? Ah, easy! Ja, das war besser als das Spiel ist. Alter, ich... Hallo? Bruder, ich hab einfach rumgeworfen wie so ein Ball! Was war das, Chat? Ich hab einfach die ganze Zeit rumgeworfen, Alter, wie so ein Flurming! Oh! Ah! Der hat jetzt gegen die Wand gepfischt! Was war das, Alter? Jetzt kann ich auch attacken, Jürgen. Mann, ich krieg... Antwort mit dem scheiß Esmel! Das trifft dann jeder Q! Oh! Bitte mach sie einfach alle weg, Herrick! Fick ihn! Ich hab das Krokodil! Puff'n, fish! Puff'n, fish? Es wird noch gerne ein bisschen. Kannst du sterben wie ein Mann oder willst du weg werden wie ein Mädchen? Nice. Femme voll, tschüss. Hey, wie wild war bitte der Q aus, Chat? Bin in die Luft geflogen und dann sah mein Q so aus, als ob der irgendwo anders hinfliegt, alter. Hahaha. 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 Ah Gott ey, was sind das für Clowns ey. What? Hä, wir haben ja noch nie gesehen sowas ey. Ey, ist einfach Balletttänzer. Der Shaco jetzt. Ich weiß nicht, ich hab zum Beispiel auch noch nie verstanden was das Problem ist, wenn man auf Twitch oder auf Instagram oder so irgendwie nackte Haut sieht. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute da mad werden. Ich weiß nicht, ich check das einfach nicht. Also wenn ich Titten sehe, ne, dann bin ich eher glücklich. Dann bin ich nicht mad. Ascendant sind, keine Ahnung. Die Titten von Andi oder so, dann bin ich vielleicht mad. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher glücklich als, als traurig. Aber manche Leute, die werden da richtig wütend. Vor allem diese Twitch Kultur, die wird da richtig wütend. Wenn die dann sowas sagen wie, na die Streamerinnen, die klauen uns doch die Viewer. Ja. Uh. Ah. Riesen. Was? Junge! Keine Sache. Nein! Die Sachen sind auch lame. Du wirst doch niemals weggeleated von den Dingern. Nein! Ne, was ist das denn? Verdammt. Ey. Oh, da, da, ich dr servee zu machen. Ich glaube, der will hier safe spielen, aber, ist Kutsch, Alter. Oh Mann, ey. Junge, ich habe ihn gegrieved und dann bin ich selber gestorben, ey. So ne Scheiße. Marco, mach langsam, Marco. Ja, ich schaff's, Alter. Jetzt mach ich jetzt einen Spezial-Trick. Spezial-Trick, Alter. Nein! Pop! Ich grieve jetzt wieder einen hier. Okay, kickel. Ja, nicht mit dir. Da hab ich auch hoffen, Alter. Hör auf, mich anzufassen, Alter. Wirklich, sag ich dir immer wieder, Marco. Du hältst dich halt nie dran. Hör auf, Mann! Ah! Junge, der hat mich festgehalten! Was war das? Habt ihr das gesehen? Junge, ich bin einfach durch die Gegend geflogen. Ey, Marco, keine Ahnung, was das war. Wenn du die Krone holst, klar, blase ich dir ein. Du bist schizophren? Du bist doch safe deine zweite Persönlichkeit. Nee, das kommt dabei raus, wenn man mit 12 schon anfängt, klar zu gucken. Und dann mit dem seinem Stream aufwächst. Das kommt dann dabei raus, Alter. Ich schau in Schulzeile 40. Ja. Bruder, als ich das erste Mal ein Dings gesehen hab von dir, ne? Von Klörn, wo du zu sehen warst, Bruder, hab ich echt gedacht, der wär ein Zwilling von dir, oder? Ja, wir haben schon unsere Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten? Bruder, ihr seht aus, als wenn ihr verwandt wärt. Bist du Italiener? Nee, warum? Ach, halt, jetzt kommt wieder dieser... Jetzt beginnt ihr, aus deinem Ärmel hängen! Ach, du Hurensohn, halt dein Maul, so Wuku, ey. Zack mal lieber rein, du Opfer. Ja, wieder mit dem hässlichen Italiener-Witz, Alter. Ey, was für ein Opfer, ey. Ja, du bist du Italiener, Alter, Spaghetti, Alter. Hast du ein Opfer, Alter. Ja, ja, wahrscheinlich hat er recht, oder? Ja, ja, eigentlich, Mann. Halten Sie sich fest, einfach blocken. Ich glaube, nur weil man fett ist, hat man nicht unbedingt breite Arme. Ey, das ist mal dünn geworden. Dünn geworden? Ja, ja. Ja? Ich hab irgendwie viel abgenommen, ja. Von seinem Penis, oder wo? Unter anderem. Na, das weißt du ja, hast den ja jeden Abend im Mund. Äh, nee, leider nicht. Leider nicht! Leider nicht, Jet! Ich kotze, Alter. War es das widerlich, Alter? Ja, unter Homies ist das okay, Düt. Ja, unter Homies ist das okay, Düt. was. War es das wohl... achtЕgert. Maher hat mich, er will publicatlen... es war es war es war es... не war es war es... War es das was hier... was...